so da sind wir schon wieder zurück mit den nächsten aufgaben beziehungsweise derzeit und jetzt werden heute mittwoch also zurzeit macht fortnite echt mit uns was wir wollen nämlich die aufgabe ist ganz simpel erhalte slons anweisungen bei einem münztelefon wo sind die ganzen münztelefone ihr seht schon auf der ganzen map verteilt also eigentlich ziemlich easy die aufgabe jeder der dieses video jetzt sieht warum bist du hier auf jeden fall trotzdem danke für den support also ich denke mal man muss einfach zu dem telefon hin sich ganz entspannt die aufgabe abholen und dann ist die aufgabe auch schon geschafft ich habe macht das ganze hier gerade im live stream mit luka zusammen aufgabe und schon ist die aufgabe geschafft ich sage ja immer nur dahin gehen und telefon gehen und schon ist die aufgabe erledigt das blöde jetzt daran ist natürlich ihr müsst jetzt aus der runde raus geben damit ihr die nächste aufgabe seht also das hätten sie auch mal ein bisschen anders lösen können aber ich denke mal so bekommt das jeder von euch hin mehr brauche ich eigentlich nicht dazu sagen wenn fragen sind einfach in die kommentare vergesst nicht ein like dazu lassen vergesst nicht ein abo dazu lassen wenn ihr komplett neu seid und in dem sinne würde ich sagen haut rein so das war dann die aufgabe